Hallo Leute, heute beim Ein-Minuten-Star Hansi Jochmann. Hallo Hansi. Hallo. Wie geht's dir? Na, sehr gut. Das freut mich. Dich kenne ich ja schon wahnsinnig lange. Vor allen Dingen, weil du eine ganz berühmte Schauspielerin gesprochen hast. Wer war das denn? Jodie Foster. Seit Taxi Driver. Okay, also alle großen Filme? Alles. Schweigende Lämmer und... Aha. Und machst du jetzt noch Synchron oder was machst du jetzt mehr? Also Synchron mache ich so gut wie gar nicht mehr. Wenn ich in einen Jodie Foster-Film komme, dann synchronisiere ich eigentlich überhaupt nicht mehr. und ich mache überwiegend Dokumentation. Also du sprichst Dokumentation? Ich spreche Dokumentation für alle deutschen Fernsehsender. Und machst du noch andere Sachen? Drehst du noch? Ich drehe noch. Ich habe gerade einen Spielfilm gedreht nach Mariana Lecky, was man von hier aus sehen kann, heißt er. Und der kommt im Frühjahr 2023 raus. Okay, dann bist du ja noch sehr aktiv. Ja. Okay, dann danke, dass du da warst und schaltet wieder ein, wenn es heißt der Ein-Minuten-Star. Tschüss. Ja, tschüss.